Sooo, damit hallo, willkommen wieder zurück bei Minecraft. Genau, ups, und zwar, ja warum geh ich jetzt wieder hoch? Ich wollte eigentlich nur Fackeln holen, wo sind denn die? Fackeln, Fackeln, Fackeln. Wir haben keine Fackeln. Wo sind denn unser Fackeln? Da ist eine Fackel, ähm, bla. Ich hoffe es recht nicht, nicht genügend, haben wir. Ah, da auch hier. Genau. Hallo? Okay. Ja. Na, dann würde ich jetzt mal sagen, wir... Ich will mich nicht verlaufen, also... Mach ich den Weg mit... Fackeln. Und die Pilze brauche ich, keine Ahnung warum. Ich mag die einfach. Ne. Boah, wie schnell das weg geht, ne. No. Also ja. Ist ja kein paarhause von allem, hier bleibt einfach dabei... Un earliest von den Schritt zu überbringen. diesen Stein. Was ist das überhaupt? Was ist das? Ich verstehe nicht was das ist. Ist das Kohle oder irgendwas? Was kann man damit machen? Ich weiß es nicht. Oww 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 Ubi Stube, Bistu Oben Anna Wissens die Bedingungen immer noch im gleichen Akkretner wenn man noch mal kurz schauen weil, ich kann jetzt schauen, wo ich bin, Diana. Was ist das überhaupt? Das ist das Grundgestein, alles klar. Da können wir sowieso nicht hin, konnten wir sowieso nicht hin. Moment, ich schaue noch mal nach. Das würde sowieso keinen Sinn machen, aber naja. Ich benutze kurz meine... Super, super. Wow, das bringt's ja voll. So, wenn ich richtig schnell klicke, dann bringt's ja auch was. Aber, naja. Oh mein Gott. Ich meine, hä? Wie soll ich das jetzt machen? Was ist das? Okay. Halt, ich hab ne Idee. Wenn wir jetzt... Genüht, warte mal. Wenn wir jetzt... Äh, noch mehr abbauen... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Und jetzt noch mehr Obsidian abbauen, dann können wir hier gleich, ähm... noch ein Portal machen doch wieder doch eine gute Idee ich finde ich ich finde das ist eine gute Idee wäre dort dann 3 ich freue mich nicht ja es geht ok oh mein Gott das ist Wir brauchen 16, glaube ich. Naja, komm, das schaffen wir schon. 16 schaffen wir doch. Wir brauchen 16, glaube ich. 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 Ha, 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 ha. so schnell wie möglich Au! Gefangen! Ok. Ah toll. Ah! Noo, no, 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 no. und von den ersten aber meint dort habe ich mich erschreckt Ach so Scheiße. Oh, das ist ein schlimmer Regen. Ein sehr, sehr böser. So, ich würde sagen, wir machen erstmal die Monster an. Nur so ist langweilig. Dann würde es keinen Spaß machen. Hey, okay. Oh, jetzt soll ich auch essen. Danke, du, Fick-Schnitzel. Hallo. Wow. What the fuck? Dereck mal. Nein, 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 nein. Scheiß Dreck. Okay, das war eine schlechte Idee. Ich mach das wieder aus. Das war eine schlechte Idee. Da hat man... Genau. Das ist schon mal schön. Das ist wenigstens hier regnet, dass die... Äh, Weizen... Erstmal... ... zum... ... hinbekommen. Genau. Oh, das geht so schnell. Aber schön, dass der Regen hier ist, ne? Das geht hier richtig schnell. dann würde ich sagen und Moment ist es so genau Moment Moment ja gut Nein Was ist das? Wo wollte ich mich? Da braucht das Fleisch dann haben wir da 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 genau es gibt was reicht Halt Die Ecken können wir ja weg machen da passiert ja nichts also ein kleiner Tipp von mir die Ecken könnt ihr weg machen weil das einfach nur Verschwendung ist würde ich mal sagen ich komme ich da ran ja ich komme ran schön und es ist dabei die 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 Ok. YOLO. Da. Ja. 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 Ok, die 15 Minuten sind jetzt wieder zu Ende, wie schnell die Zeit vergeht, aber ja, ich bin jetzt einfach mal kurz Großzüge und ich mache hier einfach mal weiter. Ganz kurz, nur ganz kurz weiter, bis ich mein Ender-Portal fertig habe. Ich glaube, das reicht schon. Ja. Okay. Ja, dann will ich jetzt mal schauen, wo wir sind und dann beende ich das erstmal. Bitte, 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 komm schon. Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber scheiß Gott. Also, naja, hier sind wenigstens viele Bäume, also können wir ja mal schauen, was da ist. Genau. Hä? Hä? Warte mal, warte, 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 warte. Wow, 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 wow holen 3 4 5 6 7 8 je nachzudenken und jetzt nicht töten ich brauchte es tut mir leid aber muss ja einfach mal und wie lange dauert es noch wort eigentlich bis jetzt noch dann würde ich sagen dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss